And gentlemen, the show is about to begin. The Drehung wäre schon nicht verkehrt. Also so während der Fahrträte er läuft, das habe ich schon gemerkt. Aber hier oben scheinbar auch nicht. Ist ja auch überbewertig. Oh no. Hast du nichts gesagt? Ich habe nichts gesagt. Guck mal wie mini der Propeller wird. Oh mein Gott. Ja, das sowieso. Und wie mini alles neben dieser Riesenhalle hier wird. Boah, die können das Ganze so auffahren. Hi. Kann jemand sagen, ob es der Polybis, der abgebrannt ist? Nein, von... Heißt, ich will, von... Barbecue. Guck mal, da hinten ist so eine Perücke. Wer was? Ja, und hier ist der andere der jetzt. Aber es sieht alles so aus, als wäre es noch voll aufgebaut. In Holland sind es auch nicht ganz aufgefahren. Ja, das wissen wir auch mal. Der Autoscooter ist ja eh schon weg. Also... Also... Beim X3. Ja, aber die auch. Die rauf auf uns. 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 Ich schmeiß an die Brücke. Oh mein Gott. Wo drehen wir uns denn sogar? Oh, ich habe gar nichts gesagt gerade. Das ist ja so, was du weißt. Oh mein Gott. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. también. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ay, das ist gìn choice. Und dann auch noch auf uns viderehen. Oh nein, ja ng Reik. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh nein, ja. Oh nein. Ja! Wow! 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 Achtung! Was ist das? Ohhohoho! Das ist ein Schrauch! Das ist ein Schrauch! das ist ein Abgriff für das Flugzeug meiner auch nichts knacken für die Fülle gute Fahrzeit ich feier das Ding, ja viel abwechslungsreicher da bin ich ein bisschen gefährlich